Krieg ich oder was? Penisse, man! So, jetzt mal irgendwo. Ach, ich hab' ganz falsches Problem. Neptune 1, Sie müssen hier markieren. Ja, dann markiert man die Ziele. Ja, schau, wird das markiert. Go, bomb die Wichser weg. Ja, das gucken wir uns aber mit an. Oh yeah, da sind sie. Arschlöcher. Wollte mich jetzt verarschen, Alter. Au, 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 au. Ich will jetzt in den Stern. Hallo, die Bombe hat gar nichts gemeint. Guck mal, die Feder nach vorne. So, ich kann es nicht verarschen. Oh, ich bin da. Oh, du bist in der anderen Kiel. Branche, Nummer 35. Vielleicht nicht mehr. Arme Anfurt Freigabe. Endlich! Erledigt! Oh, du bist da. Oh, du bist da. Oh, mein Gott! Oh, du bist da. Oh, du bist da. Oh, du bist da. Oh, Mann! Ah ne, mehr Lack als das aussehen muss. Hehehe Bewegt euch! Crawler 1, Crawler 1, haben sie eine LZ für uns? Es werden nicht weniger, aber wir haben immer weniger Munition. Roger, runden sie weiter Richtung Süden vor. So, jetzt kommt aber keiner mehr von der anderen. Roger, in Bewegung. Lassen sie den Taxameter laufen. Keine Ahnung, lass den Taxameter mal an. Wir sind auf dem Weg. Kontakt rechts! Hatten wir das Dorf nicht erst mal geräumt? Wir haben wohl nichts gelernt. Lassen wir! Sie brauchen keine Munition. Brauche ich nicht? Wir haben ja geruhten auch nicht. Was haben wir jetzt noch für Waffen? Achso, und die dann nochmal. So, mit der fette Waffe laufen wir jetzt natürlich langsam. Ja, und hier neben Dorf waren wir tatsächlich schon. Weiter, weiter! Gut, ich lad mal nach. Oh je, hier kann ich mich auch noch hoch verletzen. Ach ne. Ja, stimmt man nicht, ich schieße ja nur mit dem MG auf dich, ne? Ich weiß gar nicht, kann man hier durch Wände schießen oder so. Ich weiß gar nicht, kann man hier durch Wände schießen oder so. Was? Wer redet denn da noch? Ich will zum Schwarz. Los! Schrauer 1, wir brauchen Energie auf dem Rest für die LZ. LZ ist eine kleine Hütte unterhalb der Straße nahe zur Stehnschaushalden. Oh man, hey, kennt ihr die Szene aus Hotshots? Wo die sich zwei Meter gegenüber sitzen und sich trotzdem nicht treffen? So kommt man das hier auch manchmal vor mit der KI hier. Alles klar, das war so klar ey. Maaan! Ich muss doch irgendwie rennen können. Wenn man es hier ist, kann man das auch los tun. Räder! Geht zu dem Vogel! LZ ist nicht auf mir schießen. Los! LZ ist nicht auf mir schießen. Ich will es durchlaufen und dann mit dem Hubschrauberweg fliegen. Zickzack laufen. Bin dran, hoffe ich gleich. So, dann schlag mal ein Mädels. Na toll, die lassen wir jetzt hier oder was? Was soll das denn? Aber ich mag MG-Geschützen, die nicht benutzen können. Aber wo schießen wir denn davon? Wer war hier? Seh grad keinen. Lektion, Kaffee, nicht hier und alles und auch nicht! Schreit zu runter, Doppel-Aufmuster und zwei. Ach, Schreit zu runter, Doppel-Aufmuster und zwei. Oh, ich hab doch gar keine Bordel-Fremd-Roll. Äh, ich hab keine Bordel-Fremd-Roll. Alter, wie viele sind das denn? Gab es eben ein Nest? Ja, wackelt ganz schön. Scheiße, Creature of New York. Wir sind am Leben. Wir wollen zurück ins Gefecht. Gut, Mother. Machen Sie sich bereit. Halten Sie durch. Oh, shit. Sir, ich habe General Flag of BTC. Colonel, ich höre, es gibt Ärger in dem Tal? Jawohl, Sir. Zwar unsere Seals haben immer noch Feindkontakt auf dem Berg. Takur Gahl? Jawohl, Sir. Ihr Teamleader und der Bootsmann ersuchen um sofortigen Wiedereinsatz. Negativ. Sir? Hallo? Diese Truppen wären besser. Diese Seals sollen die QRF im Bargram so schnell wie möglich einweisen. Jawohl, Sir. Banner, Fauna 1, drehen nach Osten, nähern uns Einsatzstil Betty. Wie war das, Fauna 01, Einsatzstil Betty? Positiv, Sir. Ich habe ein Befehl, unsere Seals abzusetzen. Wer hat das angeordnet? Ich gerne. Wir lassen unsere Jungs nicht zurück. Auf dem Karmdorn ist alles ruhig. Wir gehen 1300 Meter weiter und los festlich runter als geplant. Was ist mit dem Vogel? Den kriegen Sie schon. Aber ohne uns. 1300 Meter, verdammt, das ist der Kutze. Roller 1, sieben Sie zur Neu-LZ. Chemie, hier ist der Fall. Die Seals können noch nicht runter. Die Gegend ist heiß. Das war's. Wir haben abgerämpft. Ja, das kennen wir ja noch aus dem Intro, die Szene hier. Das Hasenfoto mal kurz gestreischelt. Das ist auch, dass die einfach so aussehen. Da rein, unsere Waffen. Sie sind draußen. Sie sind draußen. Sie sind abgesprochen. Sie sind leicht benebelt. Am Boden. Nö, du fusten es nicht gut. Oh, 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 oh. Ritter 2, ausgefalltes Wachst. 4-01, wie ist Ihr Start und schaffen Sie zum Wachstum? Nehmen Sie den Wachstum. Klar ist untergegangen. Ich mach es ab. Fuck. Was? Wir schaffen noch ein Messer. Ravik, ich komm hier. Ich gehe hier. Ja, ich torkel ja noch so ein bisschen rum. Ich hab nachts ich dabei, aber momentan geht es noch ohne. Das sollte auch für Euch noch gut zu sehen sein. Wir gehen jetzt hier erstmal so weiter. Der Schnee macht das Ganze ja schön hell.